Ich komme nun noch mal zu dem Thema Tipps und Tricks. Jetzt wird es wirklich intensiv, was das Programm angeht. Wir gehen wirklich ins Programm genau rein und schauen uns das Ganze noch mal an. Was Sie vielleicht bisher nicht wussten, vielleicht kennen Sie das, wenn Sie im Büro sitzen und genau solche Fragen Sie quälen. Wie geht eigentlich? Ich probiere die ganze Zeit schon das, aber es klappt einfach nicht. Gibt es da nicht eine schnellere Lösung? Da muss es doch irgendeinen Weg geben. Und es gibt tatsächlich einen Weg, der sieht ungefähr so aus, mal exemplarisch dargestellt. Rufen Sie uns einfach an. Ist gar kein Problem, genau dafür sind wir da mit unserem siebenköpfigen Team. Rufen Sie uns an, wenn Sie uns nicht direkt erreichen können, schreiben Sie uns eine E-Mail, schicken Sie uns die Daten. Am besten gleich mit Trassenprojekt, das heißt, zippen Sie das Trassenprojekt, schicken Sie uns das Trassenprojekt, sagen Sie, wo das Problem ist. Wir melden uns sehr zeitnah zurück oder eben rufen Sie an. Ich möchte natürlich jetzt Tipps und Tricks nicht damit beenden und Ihnen einfach nur sagen, dass Sie anrufen sollen, sondern wir gucken uns das Ganze natürlich auch mal im Programm an. Ich glaube, sehr, sehr, sehr viele von Ihnen kennen diese Meldung. Und ich würde behaupten, fast jeder, der diese Meldung kennt, wird sagen, okay, Thema durch. Ich sehe ganz viele nickende Gesichter im Raum und das ist tatsächlich, ist ein Problem. Sie glauben gar nicht, wie viele Supportfälle wir bekommen wegen der Meldung. Das ist nämlich der Fall, wenn ein DGM in sich nicht schlüssig ist und dann ist natürlich der Berechnungsprozess dieses DGMs enorm lang. Ich bearbeite meine Trasse, es dauert ein bisschen länger, weil im Hintergrund immer wieder mein DGM neu berechnet wird. Das ist der Punkt, worauf ich in meinem Vortrag hinaus möchte. Wir fangen einfach mal bei den Grundlagen an. Wir gehen zurück zum Anfang. Jeder kennt es, ein gutes Projekt ist eigentlich nur so gut wie seine Grundlagen. Und wenn ich natürlich schon ein DGM habe mit der Meldung und ich garantiere Ihnen, die meisten klicken einfach okay, dann ist das natürlich einfach nicht gut. Gucken wir uns doch mal an, wie man diese Meldung beheben kann. Möglichkeit 1, Sie klicken aufs Geländemodell, sagen berechnen, Daten prüfen. Ist ein Schritt, der unfassbar gut ist, wird aber viel zu selten gemacht. Wenn Sie ein neues DGM selber erstellen, bitte immer berechnen, prüfen. Sie können eigentlich nichts verlieren, sondern nur gewinnen. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Ich blätter mal ein Bild weiter und der Datenprüfen-Knopf, der ist weg. Warum ist der weg? Wir haben jetzt einmal das Kontextmenü mit dem Berechnenfeld aufgerufen auf einem Geländemodell der Datenart 58. Das heißt, Sie haben ein Geländemodell von jemand anderem bekommen. Dieses Geländemodell können Sie gar nicht prüfen. Sie können nicht überprüfen, ob das Geländemodell, was Sie bekommen haben, eigentlich okay ist. Woher wissen Sie, dass dieses Geländemodell nicht in sich stimmig ist? Deshalb. Und jeder drückt okay und ignoriert es. Was können Sie also machen, um dieses Geländemodell, was Sie vielleicht bekommen haben in Datenart 58, trotzdem zu prüfen? Sie zeichnen dieses Geländemodell, einfach das Netz als Linien, einfach einmal gezeichnet. Aus dieser gezeichneten Datei gehen wir in den Linieneditor und sagen im Linieneditor Linien erfassen und wählen diese ganzen gezeichneten Linien einmal aus. Und anschließend machen wir daraus ein Geländemodell und siehe da, wir können die Daten wieder prüfen. Sie können also das Datenmodell in Datenart 58 prüfen, was Sie bekommen haben. Und dann, wenn man am Anfang schon diese Meldung hatte, die sagt, da stimmt was nicht, dann kann es natürlich sein, wenn wir jetzt in diesem Prüfen-Kontext sind, ich wähle hier oben mein Geländemodell aus, ich stelle meine Toleranzen ein, zum Beispiel gebe ich ein, die Höhentoleranz soll dementsprechend 1 mm betragen, die Lagetoleranz 1,5 mm, auf diese Toleranzen soll er bitte prüfen. Und dann sage ich okay und ich sage prüfen und auf einmal bekomme ich die Meldung, maximale Höhendifferenz zwischen benachbarten Linien, 10 Meter, Höhenvorgaben überschritten, ich habe Liniendateien gelöscht, ich habe 2648 fehlerhafte Linien gefunden, ganz klassischer Fall, was passieren kann bei so einem Datenart 58 Modell, was Sie ausmerzen können. Es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt die schnelle, nicht ganz so saubere Möglichkeit, Sie höhen einfach die Toleranz auf 10,62 Meter, dann sind ja die Fehler weg. Die sauberere Möglichkeit ist natürlich, Sie gehen einmal unten links auf Bearbeiten und gucken sich doch einfach mal die Fehler an. Hier oben steht auch immer ganz freundlicherweise sofort die Anzahl der Fehler, in dem Fall 72. Ich sage mal, bis 100 kriegt man immer noch mal ganz gut korrigiert. Ich habe schon 4.500 gesehen bis 10.000, würde ich jetzt nicht unbedingt händisch anpassen. Wenn Sie aber so eine geringe Fehleranzahl haben, zum Beispiel 10 oder so, dann habe ich es zum Beispiel früher gerne so gemacht, ich habe einen Screenshot von dieser Maske gemacht, ich habe einen Screenshot von der jeweiligen Stelle gemacht, habe das an den Vermesser geschickt und habe gesagt, guck mal, ich habe 10 Fehler, was soll ich da machen? Weil ich kann Folgendes machen, ich kann Element 1 und Element 2 mir ganz genau angucken, also sprich die beiden Linien und ich sehe hier, der Fehler ist Linien schneiden. Ich kann also unten eine Funktion wählen, ich kann sagen Linien stutzen, ich kann sagen Linie 2 löschen, ich kann sagen, ich möchte gerne die Linien mitteln, all das befindet sich bei den Funktionen und so kann ich natürlich diese Fehler beheben und danach habe ich natürlich ein gutes, lauffähiges, digitales Geländemodell, was mir nicht irgendwie unnötigerweise, weil es nicht berechnet werden kann, den Arbeitsspeicher volllaufen lässt. Ein weiteres Thema, was meiner Meinung nach ziemlich unterschätzt ist, ist das Thema Bestandsflächen. Beispielsweise hier, ich habe mal dargestellt, im Blau eine bestehende Betonfläche. Diese bestehende Betonfläche liegt mitten in unserer Planung und ich möchte diese Betonfläche gerne sehen in meinem Trassenmodell, in meinen Massen, in meiner IFC-Datei. Ganz einfach, Sie sagen Flächendatei ändern, ich mache eine neue Flächendatei also, ich trage einen Flächencode ein, zum Beispiel M-Beton, Menge Beton. Wenn Ihnen die Titel nicht zusagen, wie hier zum Beispiel Menge Beton und Sie sagen, das muss unbedingt Beton 3, 4, 5 oder sowas heißen, dann gehen Sie einfach in die CFG-Datei und ändern da diese Namen oder ergänzen neue Namen und dann bekommen Sie natürlich beliebig viele Flächencodes. Wir halten den Flächeninhalt angezeigt und wir können eine Dicke angeben. Also sprich, diese Betonfläche, die ich jetzt hier mal so modelliert habe, die soll bitte eine Dicke haben von 35 Zentimeter und die soll dann auch in der Trasse mit 35 Zentimeter im IFC-Modell und überall berücksichtigt werden. Das heißt, wir speichern das Ganze einfach ab und ich habe das jetzt mal bewusst hier Bestandsflächen genannt. Ich habe es nicht einfach nur Betonfläche genannt. Warum habe ich es bewusst Bestandsflächen genannt? Aus dem einfachen Grund, Sie können alle Flächen auf einmal in eine Datei packen. Haben Sie eine Betonfläche, haben Sie noch eine Betonfläche, haben Sie eine Schotterfläche, haben Sie sonst was für Flächen, was auch immer Sie an Bestandsflächen haben, alles in eine Datei. Wichtig, unterschiedliche Flächencodes, die unterschiedlichen Dicken einstellen, alles in eine Datei, abspeichern als Bestandsflächen Bestandsflächen und dann gucken wir uns später mal an, wie wir das in der Trasse dann verwerten können. Weiterer Punkt, Grundlagen ist natürlich, muss man so sagen, denke ich, werden mir auch die meisten zustimmen, man fragt Leitungen an, weil man die Fremdleitungen kartieren muss, man bekommt PDF-Dateien, dann liest man die PDF-Dateien in AutoCAD ein, dann skaliert man die ungefähr auf die Katastergrenzen und dann sucht man sich jemanden, der so freundlich ist und die Linien durchkartiert. Das ist ein bisschen überholt, aber es ist Standard. Es ist wirklich Standard. Es ist ja selten, dass Sie fertige DWG-Pläne von Leitungen bekommen und es ist auch noch seltener, dass Sie fertige DWG-Pläne mit Leitungen in 3D bekommen. Der Standard ist ja immer noch, Sie bekommen PDF-Dateien und pauschen die durch. An dem Workflow, denke ich, wird sich so schnell nichts ändern, aber ich möchte Ihnen zeigen, wenn Sie das gemacht haben, welchen Vorteil Sie haben, wenn Sie diese Daten dann ins Provi reinholen. Wir haben hier mal drei gezeichnete Leitungen, in blau eine Trinkwasserleitung, in grün eine Gasleitung und in rot haben wir eine Stromleitung. Und diese Leitungen können wir jetzt dementsprechend ins Programm holen. Wie funktioniert das? Wir gucken uns das also hier noch mal etwas genauer an mit den drei Leitungen, auch dass das Ganze eine Querung in der Straße hat. Und jetzt gehe ich dementsprechend einmal in den Leitungseditor und sage im Leitungseditor, ich möchte jetzt ganz gerne mal meine Leitungen erfassen. Und diese Leitungen, die ich dann erfassen möchte, das kann ich layerbezogen machen. Das heißt, ich habe vorab mir ja schon meine Leitung auf die Layer gelegt und ich denke, das wird jeder von Ihnen ja genauso machen. Wenn Sie die Leitungen durchgepauscht haben, dann liegen diese Leitungen natürlich schon auf den richtigen Layern. Und jetzt gehen wir einfach hin und importieren uns diese Layer ins Programm. Beispielsweise Layer-Name Gas kommt zur Sparte Gas, wird eine Gasleitung mit einem Durchmesser von 80 Millimeter. Der Layer Strom wird eine Stromleitung, eine E-Leitung im Bestand, Durchmesser 30 Millimeter. Eine Trinkwasserleitung wird Sparte Wasser, Trinkwasserleitung, Bestand 80 Millimeter. Das heißt, wir haben ja unsere vorgestellten Layer schon drin, vorgefertigten Layer und die holen wir jetzt einfach mal darüber rein. Ich wähle also alle meine Leitungen aus und ich habe jetzt hier fünf Leitungen drin, bei Ihnen dann vielleicht eher 3-400 und jetzt habe ich hier erkenntlich drin, dass es aktuell eine Geometrie ist von 2D. Das heißt, diese Leitung liegt auf 2D. Jetzt möchte ich aber vielleicht schon ganz gerne, während ich plane, sehen, wo liegt denn so ungefähr meine Leitung? Also kann ich folgendes machen, ich kann die Höhen berechnen von diesen Leiten. Markus Pierengruber hat es gerade erzählt, die haben sich dieses Tool zunutze gemacht, um Markierungslinien zu machen. Wir benutzen die jetzt mal dafür, wofür er ursprünglich gedacht ist. Ich finde es super mit Markierungslinien, ich finde Workarounds immer grundsätzlich super. Das ist also das Tool, mit dem er das gemacht hat. Er hat dann hier oben nicht Höhenbezug, Geländemodell ausgewählt, sondern zum Beispiel Trasse oder hat sich ein Geländer ausgegeben und hat das Ganze hochgegeben. Wir machen das jetzt mit unseren Leitungen. Ich sage also Höhenbezug, Geländemodell, also mein Bestandsgelände und ich sage bei der Höhendifferenz 1,20 Meter. Das heißt, ich lege jetzt meine Leitung 1,20 Meter unter mein Bestandsgelände. Bezug zur Oberkante der Leitung, dass ich halt genau 1,20 Meter Überdeckung habe. Der eine oder andere wird es vielleicht schon ahnen. Wir machen hier gerade die Höhe der Trinkwasserleitung und wenn ich das mit all meinen Leitungen gemacht habe, dann sehe ich eben, Trinkwasserleitung ist in 3D, die anderen Leitungen sind auch in 3D. Die habe ich dann vielleicht nur 80 Zentimeter runtergesetzt und jetzt habe ich alle meine Leitungen in 3D drin. Ein ganz wichtiger Tipp an dieser Stelle noch, hier in der Spalte Höhengenauigkeit, stellen Sie das, wenn Sie das machen, grundsätzlich auf geschätzt, weil wenn da drinne steht, das ist gemessen und Sie geben das irgendwann mal raus, dann kommen natürlich mit Pech Sie in Teufels Küche und das möchten wir natürlich nicht, sondern stellen Sie es ruhig auf geschätzt, damit Sie wissen, okay, diese Leitungen sind geschätzt, das kommt aus den Bestandsplänen, der Bestandsplan sagt, Trinkwasser liegt 1,20 tief, der Rest liegt 80 tief, also einmal auf geschätzt gestellt, wenn Sie es weitergeben, erkennt man zumindest, dass die Tiefe geschätzt ist. Jetzt haben wir also auch unsere Leitungen in 3D und gucken uns da dann auch gleich mal an, wie wir die in den Trassenkörper mit einbauen können. Ein weiterer Vorteil an diesem Vorgang ist, dass Sie eben die Leitungen ins Programm reinholen, ist, dass Sie Leitungen nach RE 2012 zeichnen können. Vielleicht kennt der ein oder andere das, AutoCAD kann Ihnen keine Linientypen mit Buchstaben oben geben, ganz einfach über die Linientypen. Wenn Sie die Leitungen einmal ins Provi auf die Art und Weise reingeholt haben und einfach nur sagen, zeichnen, kriegen Sie die Leitungen direkt nach der RE 2012 ausgegeben, immer mit den jeweiligen gestrichelten Linien, mit dem jeweiligen Buchstaben oben und müssen da auch keine Nachbearbeitung machen, können Sie sich natürlich auch direkt die Legende mit ausgeben, um die mit auf Ihren Plan zu packen. Thema Fachobjekte, wir haben es vorhin schon viel gesehen, die Brücke, die Personenunterführung, genauso ist natürlich auch unser Kanal ein Fachobjekt. Der Kanal kann genau so, wie externe Modelle in die Trasse reingeladen werden. Sie können den Kanal in Provi selber modellieren. Sie können den natürlich sich auch von extern holen, zum Beispiel über die Easybau-Schnittstelle. Das heißt, Sie lassen sich die Easybau-Datei geben, spielen die ein in Provi und bekommen einen komplett fertigen Kanal, wie beispielsweise hier. Und auch diesen Kanal wollen wir dann gleich einmal in unsere Trasse importieren. So sieht das Ganze also aus in der Trasse. Ich habe hier oben die Reiter, ich habe den Reiter Entwässerung, da klicke ich also jetzt meinen Kanal an. Daneben habe ich meinen Reiter Leitungen, da klicke ich meine Leitungsdatei an, die ich gemacht habe. Dann haben wir Plätze, das heißt, ich könnte hier meinen Platz einbinden, wenn ich jetzt einen Parkplatz hätte, einen Regenrückhaltebecken, habe ich jetzt in dem Fall nicht. Und ein externes Modell, zum Beispiel Brücke oder eben auch dann dementsprechend die Personenunterführung, die wir vorhin gesehen haben, könnte ich mir alles in meine Trasse reinholen. Und wenn wir dann noch weitergehen, wir haben ja noch die Bestandsfläche gemacht, ich hatte Ihnen ja gesagt, wir können Bestandsflächen erstellen, wie kriegen wir die denn rein? Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die viele auch gar nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Man hat hier oben beim Mutterbodenabtrag die Möglichkeit, Flächendaten anzugeben. Das heißt, Sie können, während Sie einen Mutterbodenabtrag machen, einfach sagen, benutzt bitte diese Bestandsflächendatei, nämlich Flächen mit Dicke. Und dann gibt er überall da, wo Sie eine Fläche angelegt haben, eine Fläche aus mit Ihrer angelegten Dicke. Das kann die Betonfläche sein, das kann die Schotterfläche sein. Wenn Sie gar keinen Mutterbodenabtrag haben, sondern vielleicht nur die Bestandsflächen, warum auch immer, können Sie natürlich auch die Stärke des Mutterbodenabtrags einfach auf Null setzen. Aber eigentlich ist es dafür gedacht, überall, wo Sie bestehende Flächen haben, setzen Sie die Flächendatei ein und überall, wo keine bestehenden Flächen sind, haben Sie natürlich dann direkt Mutterbodenabtrag. Und diese Daten können wir dann auch wieder in der Trasse verwenden. Gucken wir uns also mal die Darstellung der Massenpositionen an. Denke ich, kennt auch fast jeder dieses Menü. Ich kann halt sagen, ich möchte die Frostschutzschicht in der Farbe dargestellt haben. Ich möchte die Asphalttragschicht so dargestellt haben. Der Mutterboden sollte so aussehen. Und auf einmal taucht hier Folgendes auf. Hier unten sehen Sie es. Menge Beton. Das ist doch der Flächencode, den wir eben gerade bei unserer Betonfläche einfach mit angegeben haben. Und deshalb ist es so wichtig, wenn Sie Flächendaten machen, dass Sie immer einen Flächencode vergeben. Denn viele machen zwar Flächendateien, vergessen aber immer den Flächencode zu machen. Und ohne Flächencode kann ich das Ganze natürlich nicht sehen. Und wenn Sie jetzt Massen ermitteln, bekommen Sie immer eine Masse für Menge Beton. Es wird in der IFC berücksichtigt. Sie können es auch in den weiteren Massen dann gleich verwenden. Zeige ich Ihnen auch. Schauen wir uns das jetzt aber mal in der Trasse an, was wir alles eingefügt haben. In grün haben wir das Geländemodell. Wir sehen hier unten dann unsere Entwässerung. In rot sind die Leitungen. Wir sehen, die Trinkwasserleitung liegt auf 1,20 Tiefe, wo ich sie hingesetzt habe. Die anderen Leitungen liegen auf 80 Tiefe. Und ganz besonders in Cyan dargestellt, das ist unsere Bestandsbetonfläche. Und so können Sie ganz einfach Ihre Grunddaten so aufbereiten, dass man bestmöglich mit dem Projekt starten kann. Ich habe Ihnen gezeigt, wie legen wir ein Geländemodell an beziehungsweise wie prüfen wir ein Geländemodell. Wie bekommen wir die Leitungen rein? Wie bekommen wir Bestandsflächen rein? Wie bekommen wir einen Kanal rein? Und das ist meiner Meinung nach eine super gute Projektgrundlage, mit der man dann starten kann. Schauen wir uns mal das Thema Massenposition an, was der Markus Firmengruber eben auch schon erwähnt hat bei seiner Stützwand. Wir haben in Provi die Möglichkeit, Massen beliebig zu kombinieren. Das heißt, Sie können zum Beispiel sagen, bei der Funktion, bei den Massenpositionen, ich möchte ganz gerne eine Kombination machen und ich kann entscheiden, mache ich eine Vereinigung, einen Schnitt oder eine Differenz? Ganz, ganz einfach gesagt, Vereinigung, ich rechne was Plus, Differenz, ich ziehe was ab und Schnitt, ich ziehe einfach die beiden, verschneide die miteinander und habe dann eine Fläche, die überbleibt davon. Das ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als diese Funktion und ich habe mal das Menü der Objekttypen aufgeklappt. Sie sehen da sehr, sehr viele Objekttypen. Wir haben Massenpositionen, ich kann mich also auf andere Massenpositionen beziehen. Ich kann mich auf Coupé-Objekte beziehen, das ist das, was der Markus Firmengruber gemacht hat, als er die Stützwand gemacht hat, da hat er gesagt, ich mache ganz viele Coupé-Objekte, ein Hauptcoupé-Objekt, ziehe die anderen davon ab und am Ende bleibt das über, was ich gerne hätte. Dann haben wir, wir können Streifen machen, Sonderbauwerke, Entwässerung, wir können den Platz nehmen und eben externe Modelle. Das heißt, diese Personenunterführung, die wir vorhin hatten bei der Bahn, ich könnte also zum Beispiel sagen an dieser Stelle, ich möchte ganz gerne von einer Vereinigung machen, von meinem Erdauftrag, ich nehme also meinen gesamten Erdauftrag und ziehe davon ab, mein externes Modell, zum Beispiel das Fundament und dann erhalten Sie bei Ihrem Erdauftrag überall da, wo das Fundament aus dem externen Modell ist, ein kleines weißes Kästchen und das signalisiert Ihnen, hey, die Masse ist abgezogen und das ist eigentlich genau das, was wir damit erreichen wollen über diese Kombination. Sie können sich Ihre Massen so kombinieren, wie Sie die brauchen. Sie können Massen zusammenrechnen, Sie können Massen voneinander abziehen, all das hier ist problemlos an dieser Stelle möglich. Oben links, neben der Kombination, haben wir noch die Möglichkeit für obere und untere Linie. Sie können sich auch komplett eigene Massenpositionen erstellen, indem Sie einfach zwei Linien miteinander vergleichen. Ganz klassischer Fall in dem Bereich zum Beispiel, Sie haben eine bestehende Fläche, haben da unterschiedliche Schichtstärken, wollen die ganzen Schichten haben und das geht auch über Ihre Trasse raus. All das ist natürlich möglich, wenn Sie dann einfach aus diesen Flächen zum Beispiel ein Geländemodell erstellen und setzen das Geländemodell drei- oder viermal herab und verbinden einfach immer eine obere Linie mit der unteren Linie. Machen Sie dreimal, haben Sie drei Schichten. Ist an dieser Stelle auch gar kein Problem, das damit umzusetzen, da Sie eben auch einfach Linien miteinander verschneiden können. Meiner Meinung nach die am unterschätzteste Funktion in Provi ist die Bereichsdatei. Ich bin der Meinung, viele benutzen die Bereichsdatei einfach nur dafür, um irgendwie vielleicht Maßketten in der Länge zu erzeugen oder ähnliches. Ich muss ehrlich sagen, und das erwähne ich tatsächlich auch ganz gerne, ich glaube, man lernt in Provi einfach nicht aus. Man lernt nicht aus. Ich habe viele Jahre mit Provi gearbeitet, habe aber erst ungefähr vor zwei Jahren angefangen, mich überhaupt mit Bereichsdateien zu beschäftigen. Ich hätte es deutlich gerne eher gewusst, aber das ist einfach so, man kann nicht immer alles wissen. Und auch als ich bei Provi angefangen habe, wurde ich mal so gefragt, ja, was hast du denn früher eigentlich in der Ausbildung und so gemacht? Erzähl mal ein bisschen, was du gemacht hast. Und da habe ich gesagt, ich habe so viel Markierungspläne gezeichnet und ich war es echt leid, immer wieder Markierungspläne zu zeichnen und die ganzen Fußgängerüberwege, dann war das eben mein Fußgängerüberweg, dann war es nur eine Fußgängerfurt, alles per Hand gezeichnet. Und da habe ich bei Provi angefangen und da habe ich mit dem Entwickler darüber gesprochen. Dann sagt er so, ja, warum hast du nicht die Kosmetiktools benutzt? Und ich, schon viele Jahre Provi-Erfahrung, gucke ihn an, ich sage, was für Kosmetiktools sind die neu? Die Älteren werden wahrscheinlich lachen. Ich glaube, die Kosmetiktools kann mit den Kosmetiktools einfach Markierungslinien zeichnen, wie zum Beispiel Fußgängerüberwege. Sie sagen einfach Startpunkt, Endpunkt, er macht einen Fußgängerüberweg, Sie klicken an, Fußgängerfurt, er macht eine Fußgängerfurt. Habe ich nicht gewusst, habe ich viele Jahre nicht gewusst, habe ich erst hier gelernt. Und ich bin der Meinung, bei der Bereichsdatei ist es genauso. Viele wissen gar nicht, wie mächtig die Bereichsdatei ist. Ich habe hier eine Bereichsdatei mal aufbereitet. Ich sage, von Station 20 bis 30 möchte ich eine Parkbucht haben. Von 50 bis 65 auch eine Parkbucht, 65 bis 70 ein Baumstandort und danach eben noch mal eine Parkbucht. Ja, es sind schön gerade Werte, ist natürlich ein Beispiel. Sie können ja auch Bereiche picken, dann haben Sie ungerade Werte, um das natürlich an Ihr Projekt bestmöglich anzupassen. Ich habe es jetzt der Einfachheit halber mal mit geraden Werten gemacht und schauen wir uns mal dieses Projekt an, was ich mit dieser Bereichsdatei steuern möchte. Was sehen wir? Wir sehen Achse, wir sehen Randstreifen, wir sehen den Parkstreifen, also unsere Parkbuchten, wir sehen einen Grünstreifen und wir sehen hier hinten einen Gehweg. Und wie kann ich jetzt die Bereichsdatei mit diesem Querschnitt einfach verknüpfen, um das Ganze über die Bereichsdatei zu steuern? Folgendermaßen, ich gehe in die Regeln vom jeweiligen Streifen und sage im Streifen, wenn Bereichsdatei auswerten, da Parkbucht steht, dann existierst du und wenn da nicht Parkbucht steht, dann existierst du nicht. Und ich habe zwei Regeln eingestellt beim Baumstandort und einmal, also beim Grünstreifen für den Baumstandort und einmal beim Parkstreifen für die Parkbucht. Mehr habe ich nicht gemacht, habe einfach nur auf Neuzeichnen gedrückt und was können wir sehen? Eine Parkbucht, eine Parkbucht, ein Baumstandort und eine Parkbucht. Und wenn jetzt jemand sagt, können Sie mal bitte den Baumstandort um zehn Meter verschieben, Sie brauchen nicht mal die Trasse aufmachen, Sie gehen in die Bereichsdatei, verschieben das in der Bereichsdatei, Zeichnen neu und das ist alles wieder angepasst. Das ist viel schneller als in der Trasse zu arbeiten, viel einfacher. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, diese Bereichsdatei ist absolut unterschätzt. Jetzt müssen Sie sich natürlich nicht merken, dass da unten steht Range 0 Parkbucht, sondern rechte Maustaste in der Regel öffnet doch immer die Funktion. Und auch das können Sie machen. Klicken Sie einfach in die Regel rein, rechte Maustaste, sagen Sie, ich mache eine Funktion, ich möchte eine Bereichsdatei auswerten von einer Trasse, von einem Baubereich und ich möchte bitte, wenn da Parkbucht steht, dass du das auswertest. Und das kann man wirklich bis ins Unerdenkliche treiben. Ist eine ganz schöne Sache, ich denke, absolut unterschätzt. Und in der IFC sieht das übrigens auch ziemlich gut aus. Ich habe da jetzt nichts irgendwie groß noch dran geändert oder so, sondern ich habe einfach die IFC davon ausgegeben, das geht mittlerweile, ist tatsächlich oft angeprangert gewesen, aber das geht schon in Ihrer Version 6.3, probieren Sie es gerne aus. Wichtig ist, Sie dürfen natürlich den Board nicht aussparen. Wenn Sie also den Parkstreifen da haben, dann kommt dahinter mein Grünstreifen, aber davor sitzt ja immer noch der Board, dann geht er mit dem Board um diese Parkbucht rechtwinklig drumherum, geht in der 6.3, probieren Sie es aus. Dann haben wir noch das Thema Füllhöhen berechnen. Ich möchte das mal anhand eines Regenrückhaltebeckens zeigen. Ich denke auch, das ist eine Funktion, die tatsächlich zu wenig genutzt wird. Wenn Sie einfach mal die Füllhöhenfunktion benutzen, die finden Sie unter den Hilfsprogrammen Füllhöhe, dann kommt die Abfrage Füllhöhe oder Füllvolumen in Kubikmeter. Das heißt, Sie geben Kubikmeter vor. Ich habe jetzt also hier ein Regenrückhaltebecken modelliert und ich möchte diesem Regenrückhaltebecken sagen, wenn da 500 Kubikmeter drin sind, wo ist denn eigentlich dann die Staulinie? Also gebe ich ein Füllvolumen, 500 Kubikmeter, wähle natürlich mein TGM dazu aus und dann sagt er mir, die Füllhöhe zum Füllvolumen 500 Kubikmeter ist bei 154,348 und ich weiß sofort, wo ist meine Wasserspiegellinie bei 500 Kubikmeter und jetzt kann ich das noch ein bisschen weiterspinnen mit dieser Zahl. Ich weiß ja jetzt, wo mein Wasserspiegel ist und dann kann ich die Funktion benutzen, indem ich da mir 3D-Flächen ausgebe, ich sage Höhenbereich einfärben und sage dann einfach, alles was unterhalb von 154,35 liegt, mach mal bitte blau und alles was da drüber liegt, machst du grün und schon habe ich eine Wasserspiegellinie von meinem Becken ohne großen Aufwand. Was ich aber auch noch machen kann mit diesem Höhenbereiche einfärben und das ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsfunktionen in Provi, ist, dass ich Gelände miteinander verschneiden kann, die ich anschließend einfärbe. Wie funktioniert das? Ich sage Horizont vorher, also was habe ich vorher? In diesem Bereich habe ich ja vorher mein Bestandsgelände. Horizont 2 nachher ist quasi mein neues Gelände und ich mache nichts anderes, als dass ich mein altes Gelände vom, also dass ich mein neues Gelände vom alten Gelände abziehe und dadurch bekomme ich ja Differenzen und diese Differenzen, die lasse ich mir hier unten mit der Funktion 3D-Flächen einfach ausgeben und dann gehe ich hin und sage Höhenbereiche einfärben und dann gibt er mir die Differenzhöhen und ich kann ganz genau sehen, in welchem Bereich habe ich wie viel Aushub. Das ist was, was ich früher sehr gerne verwendet habe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe viel Baugebiete gemacht, dass man eben einfach mal guckt, wenn ich Massenausgleiche machen muss, ich habe vielleicht hier sehr viel Erdabtrag, hier habe ich wenig Erdauftrag, ich muss das irgendwie rüberbringen, um so einen Massenausgleich zu machen, ist natürlich so ein Plan, wenn ich der der Baufirma in meine Hand gebe und sage, hier hinten, da müsst ihr ein bisschen mehr wegnehmen und da müsst ihr ein bisschen mehr auffüllen, ist das natürlich schon eine ziemlich praktische Sache. Ich kann also mir damit genau anzeigen lassen, wo habe ich wie viel Auf- und Abtrag in welchen Stärken. Oft angekündigt heute schon, jetzt gucken wir es uns an, Thema Trassenbündelung. Bei der Trassenbündelung ist es so, dass wir grundsätzlich ja erstmal mehrere Trassen in einer Trasse laden können. Das heißt, ich wähle hier an dieser Stelle aus, ich möchte ganz gerne in mein Trassenprojekt eine zusätzliche Trasse laden, ich gehe auf Trasse, wähle in der Tabelle Trasse laden und füge einfach eine zusätzliche Trasse hinzu. Jetzt wird aber dem einen oder anderen dann vielleicht schon mal aufgefallen sein, wenn er das gemacht hat, die Trasse taucht nur im Lageplan auf, aber gar nicht im Querprofil. Das liegt daran, weil die Trassen noch nicht gebündelt sind. Sie sind erst gebündelt, wenn man sie auch im Querprofil oben zusammen sehen kann und nicht nur im Lageplan. Wie kriegen wir jetzt also diese beiden Trassen zusammen? Sobald Sie mehr als zwei Trassen in Ihrem Trassenprojekt drin haben, wird auch erst der Button Bündelung aktiv. Der ist vorher gar nicht aktiv, den können Sie vorher gar nicht anklicken, aber jetzt können wir sagen, ich möchte ganz gerne eine Bündelung machen. Die wähle ich also aus, um das Ganze zu bündeln und gucke mir das jetzt hier mal in diesem Menü an. Hier kommt an dieser Stelle auch noch mal ein sehr wichtiger Tipp. Sehr viele sagen bei der Trassenbündelung sofort, rechte Maustaste, neuer Bündelungsbereich und probieren aus. Hier unten, und den Knopf nehmen wirklich wenige wahr, ich habe auch dazu gehört, gebe ich zu am Anfang, bis mir das mal jemand gesagt hat. Hier unten ist ein Knopf, der heißt Bündelungsbereich automatisch bestimmen. Wenn Sie nur zwei Trassen haben, ist der Knopf das Beste, was Sie da machen können. Wenn Sie nämlich auf Bündelungsbereich automatisch bestimmen gehen, dann packt er Ihnen die beiden Trassen einfach zusammen und Sie müssen sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Wenn man jetzt drei, vier, fünf Trassen hat, dann kann man das auch machen, muss das aber natürlich immer noch so ein bisschen überprüfen, ist das eigentlich richtig, passt das so, was er mir da alles gemacht hat. Aber wenn Sie nur zwei Trassen haben und Sie sagen Bündelungsbereich automatisch bestimmt, dann sind die aneinander, müssen sich keine Sorgen machen, in der Regel passt das. Wir haben bei den Bündelungen insgesamt drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, die Trassen liegen nebeneinander, so wie wir das hier sehen können. Auf der rechten Seite haben wir unsere Straßentrasse und auf der linken Seite haben wir unsere Eisenbahntrasse. Diese beiden Trassen berühren sich nicht, da ist kein Schnittpunkt vorhanden. Die zweite Möglichkeit ist, ist, die Geländestreifen treffen sich oder schneiden sich, so wie das hier ist. Ich habe eine Böschung, auf der anderen Seite habe ich auch eine Böschung und die Streifen haben einen Schnittpunkt und werden an dieser Stelle dann auch sofort abgeschnitten und miteinander verbunden. Die dritte Möglichkeit, auf die bin ich ja im vorherigen Vortrag schon sehr eingegangen, ist, dass wir Innenbereiche haben. Das heißt, die Innenstreifen eines Projektes und nicht die Geländeübergangstreifen schneiden sich und auch das kriegen wir zusammen. Wie kriegen wir das hin? Wir können unsere Bündelungsarten eingeben, indem wir auf die Bündelung gehen. Nachdem wir auf der Bündelung sind, gehen wir einmal in die jeweilige Trasse hinein, die wir ja gebündelt haben, zum Beispiel hier über das Kontextmenü. Und jetzt sind wir in den Bündelungsdaten, wo wir zum Beispiel Überhangstreifen auswählen können. Sie sehen diese Tabelle, wir haben keinen Schnittpunkt, Schnittpunkt oben, Schnittpunkt unten. Gucken wir uns das doch einfach mal ein bisschen genauer im Detail an. Fangen wir mal an. Was passiert, wenn meine Trasse keinen Schnittpunkt hat? Das heißt, für mich gilt in diesem Fall, diese beiden Trassen berühren sich nicht. Ja, ich habe meinen Gelände übergangstreifen und den anderen Gelände übergangstreifen. Ich habe keinen Schnittpunkt. Deshalb gilt für mich in diesem Fall die Tabelle, wo steht kein Schnittpunkt. Und da kann ich jetzt umstellen, zum Beispiel auf Mitverbindung und dann verbindet er mir einfach nur diese beiden Punkte oben direkt linear miteinander. Die zweite Möglichkeit ist, wenn wir einen Schnittpunkt oben haben, wir sehen, dass beide Böschungen gehen nach oben, der Schnittpunkt ist oben. Dadurch gilt natürlich für uns die Tabelle Schnittpunkt oben. Und hier könnte ich zum Beispiel einstellen bei Schnittpunkt oben in der Tabelle. Ich hätte gern eine Bärme mit 4 Prozent und einer Breite von 1,5 Prozent. Für mich gilt also Schnittpunkt oben. Treffen sich meine beiden Trassen unten, dann gilt für mich die Tabelle Schnittpunkt unten. Und hier kann ich dementsprechend jetzt einstellen, möchte ich da zum Beispiel einen Graben erstellen, dann bekomme ich im Bündelungsknick einen Graben. Wichtiger Hinweis an der Stelle noch, möchten Sie es genauso gestalten wie da, zum Beispiel mit einem Graben, aber die Trassen treffen sich nicht, weil das Gelände kommt, verlängern Sie einfach die Böschungen per Hand zum Beispiel beide fünf Meter nach unten, dann treffen die sich ja irgendwann und an der Stelle, wo es sich trifft, können Sie ja dann Ihren Graben, Ihre Mulde definieren, zum Beispiel mit zwei Meter Breite und 0,5 Meter Tiefe. Die dritte Möglichkeit ist etwas komplexer. Wir haben also jetzt hier den Fall, dass sich die Innenbereiche der Trassen überschneiden. Wir haben also hier unseren Bahnsteig, das ist der Innenbereich und auch wenn wir jetzt an unser Trassenprojekt hier rangehen, dass wir erstmal den Geländeübergangstreifen entfernen und jetzt hingehen, hier unseren Gehweg anlegen und dann haben wir natürlich an dieser Stelle eine Überschneidung von Innenstreifen. Da gibt es erstmal nicht unbedingt so eine vorgesehene Funktion, wie wir es gerade gemacht haben, sondern man muss das auf andere Art und Weise lösen. Wir können also diese Streifengeometrie mit dem Bezug auf die gebündelte Trasse definieren. Das heißt, wir haben hier unten Regeln funktionieren Trassen übergreifend. Sie können sich mit der Straßentrasse innerhalb einer Regel auf die Eisenbahntrasse beziehen. Sobald beide in einem Trassenprojekt sind, können sie sich mit Regeln auf andere Trassen beziehen und genau das machen wir jetzt. Wir sagen nämlich, wir möchten eine Regel erstellen in unserem Parkstreifen, um den so zu variieren, dass der immer genau an die Stützmauer anschließt. Ich sage also, ich möchte eine Regel machen, eine Regel hinzufügen und kann jetzt hier unten auswählen über das Kontextmenü und da würde ich Ihnen auch immer empfehlen, machen Sie es bitte über das Kontextmenü. Schreiben Sie nicht unbedingt händisch was rein. Ich gebe tatsächlich sogar über das Kontextmenü ein, wenn ich ein Plus oder Minus brauche. Ich mache es nicht über die Tastatur. Ich habe das einfach so drin. Es ist einfach der sichere Weg. Ich wähle also jetzt hier aus in dieser Dann-Spalte. Ich möchte sonstige Funktionen machen und ich möchte gern den Abstand haben. Ich frage also den Abstand von einem Streifen ab und ich gebe es auch nur in der Dann-Spalte ein. Warum, erkläre ich Ihnen gleich. Ich wähle also den Abstand hier aus und jetzt wähle ich hier oben die andere Trasse aus, nämlich nicht meine Straßentrasse, sondern ich kann jetzt hier oben bei Trasse die Bahntrasse einstellen. Ich gebe also die Bahntrasse ein und sage Streifen 9, das ist der Bordstein, also die Winkelstützwand, die sitzt ja auf dem, ich kann ja einen Bordsteinstreifen der Stellen- und Winkelstützwände verwenden und ich sage, nimm mir bitte den Abstand zu diesem Bordstein, zu dieser Winkelstützwand. Jetzt fällt Ihnen aber vielleicht auf, unten in der Dann-Spalte, da steht jetzt einmal Dist für Distance, dann kommt ein bisschen Text, dann kommt ein Minus und dann kommt nochmal Distance. Warum mache ich das zweimal? Das möchte ich Ihnen gerne erklären, nämlich die Funktion Abstand misst immer bis zur ausgehenden Achse. Das heißt, wenn ich jetzt Abfrage Distance von Streifen 9 der Bahntrasse, deshalb steht da unten in der Regel auch die Trasse, fragt er folgende Länge ab, von der Winkelstützwand zur Achse und dann sage ich ihm und jetzt nimm bitte Minus diesen Punkt bis zur Achse und was bleibt über? Genau diese Länge und das ist ja genau meine gesuchte Länge, um meine beiden Projekte bestmöglich zusammenzubringen. Die Wenn-Spalte lasse ich in diesem Fall leer, Sie können nämlich bei Regeln die Wenn-Spalte immer leer lassen. Was heißt das, wenn das leer ist? Wenn nichts heißt, wenn immer, also immer das machen. Wenn ich also bei Wenn nichts eingebe und nur ein Dann-Befehl habe, dann macht er immer das, was bei Dann steht. Das heißt, Sie brauchen gar keine Wenn-Funktion, wenn Sie im Streifen sollen, sagen, macht das bitte immer so. Wenn wir das alles dann so berücksichtigt haben, wir haben gute Grundlagen gemacht, wir haben unsere ganzen Modelle eingeladen, wir haben das Ganze schön miteinander gebündelt, dann kann man eben sagen, am Ende kommt ein schönes Modell raus, gucken wir uns gerne auch nochmal so an, sieht natürlich dann unfassbar gut am Ende aus. Ich möchte mich natürlich gerne auch nochmal herzlich im Namen des Support-Teams bedanken für heute und ganz wichtig, oben steht es, melden Sie sich gerne. Ich weiß, es ist sehr viel Input, ich weiß auch, dass es immer sehr viel Input bei unseren Trainings ist. Ich sage aber auch gerne in jedem Training, mir ist es wichtig, dass Sie viel hören und wissen, dass es geht, weil dann kann man im Nachgang immer einfacher anrufen und sagen, ich habe da mal was gehört, zeigt mir das bitte nochmal. Nur keine Scheu, melden Sie sich gerne, wir freuen uns auf jeden Fall alle auf Ihren Anruf und ich bedanke mich herzlich, wäre damit durch und würde sagen, dann gehen wir gemeinsam wieder nach unten zum Wrap-Up und lassen dann den Abend hier in München schön ausklingen. Vielen Dank. Dank. Dank.